Herzlich Willkommen zum Tellerjigong unter dem Motto Vital wie ein Trache und ruhig wie ein Berg Also, wir machen jetzt erstmal die Einführungsübungen, die wir für das Tellerjigong als Grundlage brauchen. Zuerst fangen wir mit einer Hand an und machen einfach einen großen Kreis in Richtung des kleinen Fingers. Wichtig hierbei, wenn der Kreis auf uns zukommt, weichen wir nach hinten aus mit den Oberbürgern. Jetzt machen wir es noch mit zwei Händen. Wichtig auch, dass man dabei die Rücken schön öffnet. Dasselbe geht natürlich auch in die andere Richtung. Jetzt machen wir dasselbe mal Daumenwitz. Auch hier, sobald die Hand kommt, mit dem Oberkörper ausweichen und den Rücken öffnen. Der auch der Körperschen auf dem Körperschäu auf den Boden. Das ganze Händen ist die Rücken. Das ist die Rücken-Körperschäu, das jetzt nicht. Das ist die Rücken-Körperschäu, das jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020